Ich sehe, die Arbeit ist gemacht, alles sauer gesiebt, doch wie sieht das aus in meinem Sieblabor? Die Drecksarbeit kann der Chef wieder machen, denn da brauche ich einen super starken Staubsauger, das kann doch der Nilfisk schaffen. Na ja, jetzt wird alles sauber, kann man schon zufrieden sein, mit dem Nilfisk, nur der schafft es und ich habe Ihnen einen guten Kauf getan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.